Hallo, ich bin die Petra. Ein Workout für die Bauchmuskeln und Hüfte. Einatmen lang nach Auge, Ausatmung tief. Und wir strecken uns mal ganz lang nach oben und machen Rippenbecken zusammen mit der Ausatmung. Einatmen lang. Wechsel mal die Seite, zieh dich ganz lang mit der Einatmung. Rippenbecken mit der Ausatmung zusammen. Und dann gehen wir tief. Hinter uns ist ein Stuhl und strecken uns zur Seite. Die seitlichen Hüftmuskeln. Rippenbecken mit der Ausatmung. Stell dich mal so ein bisschen mehr in die Grätsche und stell dir vor zwei Bälle ins Wasser drücken und wieder nach oben strecken. Knie nach außen, zwei Bälle ins Wasser drücken und hoch auf die Zehenspitze. Zwei Bälle ins Wasser drücken, Knie nach außen und wieder hoch. Und wir stehen mal auf einem Bein. Knie Richtung Bauch ziehen mit der Einatmung. Und mit der Ausatmung weit zurück. Und Schulterblätter nach unten, bis ich ganz lang ziehe. Weit zurück rutschen, Wadedehnen und Schulter bewusst sinken lassen. Wir dirigieren ganz bewusst Schulterblätter nach hinten unten und schwingen nochmal nach vorne und kleine schnelle Bewegungen auf und ab. Große Schrittstellung. Etwas tiefer gehen. Einen Bogen spannen. Kleine Kreise malen. Einatmen zur Mitte. Einen Bogen spannen. Kleine Kreise malen. Wir rutschen zurück. Diener Oberschenkel Rückseite und schwingen. Einmal über Kreuz loslassen und die andere Richtung. Und einmal über Kreuz vorne, Schulterkreise, wechsel mal die Seite, das andere Bein zum Bauch ziehe, mit der Einatmung und sich langstrecke, Schulterblätter nach unten, große Schrittstellung, Schulter nach unten, einen Bogen spannen, kleine Kreise male, Körpermitte einsaugen auf F, zurück zur Mitte mit der Einatmung und einen Bogen spannen, kleine Kreise male. Wir gehen nochmal in den Einbeinstand und machen so Swimming, kleine Auf- und Abbewegungen. Und zurück rutsche, Oberschenkel, Rückseite dehne, schwinge, gut verlocken die Schulternackenmuskulatur, weizen die Arme über Kreuz nach hinten wegschieben und mal nach vorne öffnen. Jawohl, stehe mal etwas breiter und bewege dich mal so ein bisschen wellerförmig durch. Auch mal die rechte Schulter und die linke nach hinten schiebe. Und Schultern tief und nach hinten, unter Absätze. Feuchte machen ein- und auswärts drehen. Knie nach außen. Gut, wir gehen in den Kniestand. Und Schultern, Schulterblätter nach unten und malen, großen Armkreis und wieder zurück. Wieder Ausatmung, großen Armkreis malen, Körpermitte festmachen und noch einmal, großen Armkreis und wieder zur Mitte und wichsen. Wir sind im Vierfüßlerstand. Wir ziehen uns ganz lang. Malen kleine Kreise aus Schultern und Hüften. Machen uns noch mal ganz rund, klein. Und langstrecke. Und langstrecke. Schön rund machen und langziehe. Wechsel mal auf F ausatmen, kleine Kreise male. Ganz lang ziehe und zusammenfalle. Und wieder langstrecke. Und wieder langstrecke. Ganz klein machen. Und langstrecke. Wir ziehen uns mal auseinander. Wir gehen mal mit der linken Hand ganz weit nach rechts. Das linke Bein mit dazu. Faszien auseinanderziehen. Faszien auseinanderziehen. Und wechsel mal. Andere Seite. Und dann kommen wir schon zu den Stützübungen. Bauchmuskulatur mit dem Unterarmstütz. Mit der Einatmung, mit der Ausatmung schweben und twisten. Und mit der Einatmung wieder absetzen. Spannung halten in der Körpermitte. Unterarme direkt unter der Schulung. Mit der Ausatmung anheben. Und twisten. Und wieder mit der Einatmung absenken. Wir gehen in Bauchlage. Haben wir einen Eiswürfel oder Kerze unter dem Bauch. Ja, und wir machen Beine grätschen und schließen. Und Arme male Sonnenstrahlen. In verschiedene Winkelstellungen. Hinterkopf. In Verlängerung der Wirbelsäule. Wir drehen uns auf eine Seite. Ja. Wir machen erstmal eine Lotusflüte. Wir ziehen die Faszien auseinander. Mit der Ausatmung. Einatmen zur Mitte. Ja, nochmal drehen. Aus. Einatmen zur Mitte. Wir schweben. Wir versuchen mal auf zwei Schritte die Beine anzuheben. Und wieder absenken. Man kann auf Bauchnabelhöhe abstützen. Oder den Arm nach oben strecken. Oder seitlich an die Hüftmuskeln. Am besten auf F ausatmen. Und ziehe dich mal ganz lang. Beine, Beine in der Luft halten. Spannung spüren. Spannung spüren in der Körpermitte. Und absenken. Obers über unteres Bein legen. Wir male kleine Kreise mit dem unteren Bein aus der Hüfte. Wechsel auch die Richtung. Und wir sind im Unterarmstütz. Unterarm unter die Schulter. Und ziehen uns mal auseinander. Versuchen mal in der Luft zu halten, wenn du kannst. Ausatmung auswärts drehen aus der Hüfte für die kleinen Gesäßmuskeln. Gluteus, Gesäß, Medius, mittlerer und Minimus. Der kleine werden gekräftigt. Wir gehen in die Rücklage. Wir schwingen die Beine. Und Arme gegen gleich. Lockern, Rumpfmuskulatur. Die Bauchmuskeln. Heben wir den Kopf an. Und immer eine Diagonale langziehe. Immer eine Diagonale langziehe. Gegenarm nach hinten. Andere Arm zur Seite. Kopf anhebe. Und beim Langzieher abwege. So lange, wie du noch lächeln kannst. Ruhig verschiedene Winkelstellungen wähle. Gut für die Faszien. Füße mal aufstelle. Nach oben Energie schöpfen. Ein Bein in Verlängerung strecken. Und Bege auf und ab. Gut für die Gesäßmuskulatur. Ausatmung absenken. Mit der Einatmung hoch. Und wechsel mal. Körpermitte wieder nachspannen. Und erstmal langsam abholen. Und nochmal. Wie eine Perlekette hoch. Einatmen. Das Bein in Verlängerung strecken. Und Bege auf und ab. Dann absenken. Wird abgebremst. Das ist anstrengender wie nach oben. Überwindend. Absenken. Nennen wir auch exzentrisch. Und überwinde konzentrisch. Langsam abholen. Wir ziehen mal beide Beine zum Bauch. Und ein Schmetterling. Knie zum Bauch. Und wieder öffnen. Und wechsel mal die Richtung. Dann streng mal beide Beine nach oben. Immer ein Bein absenken. Und wir drehen uns zum gestreckten Bein. Wieder Ausatmung. Ein Bein absenken. Einatmen. Wieder nach oben. So lange wie du noch lächeln kannst. Und wieder mal ganz lang ziehen. Wegen und strecken. Beine aus der Hüfte. Arme aus der Schulter. Nehmen wir ein Bein in die Hand. Kommen wir hoch zum Sitz. Und gehen da auch in die rückwärtige Planke. Haltet es. Und schwinge so ein bisschen von rechts nach links. Und dann machen wir die Seelehöhe aus dem Pilates. Eins, zwei, drei. Roller auf Schulterblattspitze. Und Arme. Beine strecken. Eins, zwei, drei. Roller auf Schulterblattspitze. Und strecken. Körpermitte festmachen. Nochmal eins, zwei, drei. Rollen. Und strecken. Wir drehen uns auf die Seite, die wir noch nicht gemacht haben. Und machen eine Lotusblüte. Ja, wir pendeln. Ziehen uns auseinander die Faszien. Gegengleich ein. Und Faszien auseinanderziehen. Wir sind in einer Linie. Körpermitte eins, auf F ausatmen. Und auf zwei Schritte die Beine schweben lassen. Und wieder absenken. Kannst du auf Bauchnabelhöhe abstützen. Beine in die Länge ziehen. Und wieder absenken. Und seitlich an die Hüfte. Ja, einlinie. Beide Begegnungen nach vorne zeigen lassen. Beide Beine. Der Arm nach oben. Spannung spüren in der Körpermitte. Gib eine schmale Teile. Abstütze auf Bauchnabelhöhe und sich einfach noch mal ganz lang ziehen mit beiden Beinen, Spannung spüren in der Körpermitte. Wir legen etwas über unteres Bein, malen kleine Kreise aus der Hüfte, das Bein ganz lang ziehe, mit Richtungswechsel und dann Unterarm direkt unter die Schulter, vielleicht eine Faust machen für die Zuggurtung. Wir öffnen, vielleicht schweben, wenn du kannst, oder aufstelle, aus, ein, durchschwingen und aus. Durchschwingen ein und halb kurz, ist für die kleinen Gesäßmuskeln. Wir gehen noch mal in die Rücklage, wir machen noch eine Dehnungsübung, einmal in Beuge Richtung Erde ziehen, andere Arm streckt sich und dann lassen wir mal am Boden entlang kreisen, einmal gegen der Ohrzeige sind, also im Ohrzeige sind und gegen der Ohrzeige sind, auseinanderziehen, Kreuzbein, Darmbeingelenk und wir wechseln, andere Seite, lasse den Arm kreisen, über die Erde und wechseln auch die Richtung. Dann komm wieder hoch über deine Lieblingsseite, Füße aufstelle, Knie leicht beugen lassen und sich wieder hochschütteln. Schulterkreise, jetzt hier noch die Faszien auseinander, weg vom Hinterbein, hinteres Bein kann man so ein bisschen auf die Außerkante stelle und wechsel mal, ja, weg vom Hinterbein. Und wir machen, Hand zu gegenüberliegenden Po-Backe ziehen, Kopfbein neige, wir sagen nein und Nike sage ja und wechsel mal, andere Hand zu gegenüberliegenden Po-Backe, dehnen die Schultersehne, wir sagen nein und Nike sage ja und noch einmal Energie schöpfen. Fürs Wochenende, einatmen, weit nach oben, ausatmen, tief, weit nach oben strecken, gut gemacht, vielen Dank fürs Mitmachen. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne meinen Kanal kostenfrei abonnieren.